Herzlich Willkommen zurück. Mir geht es schon wieder ein bisschen besser und ich hoffe, dass es auch was länger anhält mit der Gesundheit. Und deswegen gibt es jetzt das 13. Kapitel bzw. Part 5 von The Right Thing To Do. Liebe Narzissa, ich möchte um Verzeihung für mein Benehmen beim gestrigen Abendessen bitten. Wenn es um meine Projekte geht, kann ich sehr leidenschaftlich werden und ich weiß auch, dass Draco sehr emotional werden kann. Deine Gesellschaft genieße ich wirklich sehr und ich weiß die Einladungen wirklich zu schätzen. Sollte es etwas geben, was ich tun kann, um mich zu entschuldigen, lass es mich bitte wissen. Hochachtungsvoll, Hermine J. Granger Liebste Hermine, es ist so nett, dass du denkst, dich entschuldigen zu müssen. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich mich gestern Abend amüsiert. Im Moment komme ich nicht so häufig nach London ins Muggeltheater wie gewöhnlich. Letzte Nacht war also eine gelungene Abwechslung. Nächstes Wochenende möchte ich Cornerstone gerne einen Besuch abstatten, also werde ich dich dort sicher sehen. Vielleicht könnten wir in deiner Pause zu Mittag essen. Mit diesem Brief habe ich dir ein kleines Paket geschickt, da ich glaube, dass du gestern nicht in den Genuss gekommen bist zu kosten. Alles Liebe, Narzissa Malfoy. Hermine öffnete das kleine braune Paket und fand eine schale Kürbissuppe darin. Als sie den ersten Löffel an ihre Lippen führte, hätte sie beinahe geweint. Am Montagmorgen lag auf ihrem Schreibtisch ein Memo von der Aurorenzentrale. Als sie es öffnete, zuckte sie kurz zusammen und hoffte, dass sie so früh in der Woche nicht in die Verlegenheit kam, mit Draco konfrontiert zu werden. Aber es handelte sich um eine Einladung zu einem Meeting der Abteilungsleitungen, um über das Drachenei, welches sie letzte Woche gefunden hatten, zu sprechen. Es ertönte klobige Schritte und Aiden streckte wenige Sekunden später den Kopf über ihre Kabinenwand. Du hast auch eine Einladung zur Party bekommen? Er warf ihr einen Grinsen zu und winkte mit einem ähnlichen Aussehenden Memo. Nicht mal eine Stunde später teilte sich Hermine mit Aiden einen Aufzug in den zweiten Stock. Aiden nutzte die Gelegenheit, eine Orange zu schälen. Sie lehnte ab, als sie ihr ein Stück anbot und versuchte, den Geruch zu ignorieren, ebenso wie sie seinen Jammern darüber ignorierte, wie viel schöner die Schreibtische und Kabinen im zweiten Stock waren. Genau eine Minute zu früh trafen sie am Konferenzzimmer ein und das erste Augenpaar, in welches sie blickte, als sie eintrat, war Dracos. Das war zu erwarten, da er der Analytiker in diesem Fall war. Aber dennoch war es so früh am Morgen unerwartet. Schnell sah sie woanders hin, nur um zu bemerken, dass Aiden ihr neben einer älteren Dame, die anwesend war, um Protokoll zu führen, einen Stuhl zurechtrückte. Lassen Sie uns bitte anfangen, sagte Garvin Roberts, stand auf und tippte mit seinem Zauberstab auf den Tisch. Ein dreidimensionales Abbild des Dracheneis erschien in der Mitte des Tisches und Hermine musste unwillkürlich an diese Science-Fiction-Hologramme denken. Wie Sie alle wissen, wurde dieses Ei letzte Woche in London aufgegriffen und mit der Hilfe von Miss Granger, an dieser Stelle nickte er ihr zu, ist es ein portugiesischer Langschnauzenei identifiziert worden. Nun, es ist nicht ungewöhnlich, dass Dracheneier geschmuggelt werden, aber Mr. Malfoy fand heraus, dass das Langschnauzenei in einer Entfernung von drei Häuserblöcken gefunden wurde, wo auch das ungarische Hornschwanz-Ei letzten Monat gefunden wurde. Hermine sah zu Draco hinüber, der ein Grinsen unterdrückte, welches er in Snapes Unterricht jederzeit zur Schau gestellt hatte, wenn der Lehrer seine Zaubertränke lobte. Gut, immerhin unterdrückte er es. Draco erhob sich. Wir glauben, dass diese Dracheneidealer an denselben Käufer verkaufen. Momentan geschieht das noch ohne Erfolg, sagte er. Er griff nach einem Stapel Papiere, die vor ihm lagen, und teilte diese aus. Als Hermine ihr Exemplar in den Händen hielt, fiel ihr auf, dass es sich um einen 17-seitigen langen Bericht handelte. Es sah wieder auf und schaute ihm dabei zu, wie er den Bericht zusammenfasste, auf wichtigen Tabellen und Karten zeigte und die Kontrolle über den Raum übernahm. In diesem Moment fragte sie sich zum ersten Mal, was Draco vorhatte zu tun, wenn im Dezember seine Bewährung im Ministerium beendet wäre. Denn er war wirklich gut in diesen Sachen. Hermine hob ihre Hand und Draco blinzelte ihr zu. Ja, Miss Granger, sagte er dann. Der Drachendealer, der letzte Woche festgenommen wurde, was hat er dazu zu sagen? Roberts rollstete sich. Er wurde befragt und stellte sich heraus, dass er überhaupt nichts über den Käufer wusste. Er war nur der Transporteur, wie es scheint. Und aus welchem Land wurde das portugiesische Langschnauzen-Ei nach England geschmuggelt? fragte Hermine Roberts. Portugal, sagte Draco trocken, woraufhin Hermine die Augen in seine Richtung verengte. Sind wir sicher? fragte sie. Roberts schob seine Brille die Nase hinauf und lehnte sich nach vorne. Worauf wollen Sie hinaus, Miss Granger? Letztes Jahr gab es den Fall, dass frisch gelegte portugiesische Langschnauzen-Eier in die Schweiz geschmuggelt wurden, mit der Absicht, diese während der kältesten Zeit im Winter auszubrüten. Langschnauzen schlüpfen für gewöhnlich während der heißesten Zeit in Portugal, also experimentieren die Drachendealer und Käufer ganz sicher mit irgendetwas. Roberts nickte ihr zu. Ich werde das für Sie nachsehen. Danke. Draco sah zwischen den beiden hin und her und wartete auf das Zeichen, fortfahren zu dürfen. Hermine hob ihre Augenbrauen an. Wie ich schon sagte, wir hoffen, dass ihre Abteilung uns darauf helfen kann, herauszufinden, was der Käufer mit diesen zwei verschiedenen Dracheneiern vorhaben. Wieder hob Hermine ihre Hand. Dieses Mal wusste sie, dass er es hasste. Granger, was bringt dich dazu, zu glauben, dass es Ähnlichkeiten gibt? Könnte der Käufer nicht einfach versuchen, verschiedene Arten von Drachen zu züchten? Draco holte tief Atem. Das ist eine Möglichkeit, aber wir möchten andere Möglichkeiten gerne ausschließen. Was sollte überhaupt jemand mit einer Langschnauze wollen? fragte Aiden, während er mit seiner Feder spielte. Das ist so ziemlich der am wenigstens beeindruckende Drache überhaupt. Seine Haut wird nicht in der Textilverarbeitung gebraucht und seine Hörner haben keine magischen Funktionen. Ich meine, wenn ich eine Drachensammlung starten würde, würde ich doch mit dem Besten anfangen. Hermine keuchte und in ihrem Kopf schwirrten die Gedanken. Alle im Raum schauten nun auf sie. Die einzige interessante Qualität, die der portugiesische Langschnauzendrache aufweist, ist die, dass er am leichtesten mit dem gemeinen walisischen Gründachen zu kreuzen ist, erklärte sie. Dann sah sie hinüber zu Aiden, um dessen Zustimmung einzuholen. Der Langschnauzendrache und der ungarische Hornschwanz, beendete Aiden lächelnd den Satz für sie. Hermine drehte sich wieder zu Draco, der immer noch vor den Mitarbeitern der Abteilung stand. Und ein Ei des gemeinen walisischen Gründrachen wurde aus dem Reservat in Wales vor zwei Monaten als vermisst gemeldet. Kurz darauf tauchte es in der Nocturngasse wieder auf, fuhr sie weiter fort. Es wurde allerdings nur gesichtet, nicht geborgen. Also, Miss Granger, Roberts nickte der Protokollhexe zu. Sie sagen also, dass wer auch immer versucht, an die Eier des Hornschwanz und der Langschnauze zu gelangen, ist bereits im Besitz des walisischen Eis und hofft darauf, diese Drachenspezies zu kreuzen? Ja, Sir! Dracos Lippen kräuselten sich und er schluckte. Zehn Punkte für Gryffindor. Aiden kicherte daraufhin dämlich und Hermine sah Draco finster an. Gut, das ist es also. Roberts stand vom Tisch auf. Wir werden mit Ihnen in Kontakt bleiben. Wir tauschen Memos aus und so weiter. Aber ich würde nun sagen, dass dies das am schnellsten gelöste Mysterium aller Zeiten war. Ich werde ein Team zusammenstellen, welches nach dem walisischen Grünen forschen soll. Miss Granger, bitte lassen Sie mir all Ihre Notizen über die walisischen Grüneiz zukommen. Sie nickte nur, Roberts deutet nun zwischen Hermine und Draco hin und her. Sie beiden sollten öfter zusammenarbeiten. Sie würden im Rest der Welt eine Menge Ärger ersparen. Hermine konnte darauf nur zitternd lachen und Draco zog die Stirn kraus. Als sie aufstand, sah sie hinunter auf den Tisch und sammelte die Unterlagen ein, mit der Absicht, sich in Dracos Analyse später einzulesen. Roberts schlenderte hinaus und Aiden begann, sehr zu Hermines Vergnügen, ein Gespräch mit Draco. Bevor sie sich noch weiter mit einem der beiden beschäftigen musste, schlich auch sie hinaus. Am folgenden Samstag verging die Zeit bei Cornerstone sehr langsam und Hermine ertappte sich selbst öfter bei Tagträumen als gewöhnlich. Sie hatte noch 15 Minuten, bis Morty hinunterkam, um für sie in der Mittagspause einzuspringen. Dieses Mal bräuchte sie auch etwas frische Luft. Im Reservierungsordner lag ein Buch auf dem Namen Black hinterlegt und Hermine erinnerte sich an Narcissas Brief, in dem sie erwähnt hatte, dass sie eventuell vorbeikommen und sie zum Mittagessen einladen wollte. Da es nun Mittagszeit war und sie bisher nichts von Narcissa gesehen oder gehört hatte, nahm sie an, dass sie mit den Keksen, die sie als Plan B mitgenommen hatte, auskommen musste. Sie hatte den Morgen damit verbracht, so zu tun, als würde sie den Tagespropheten nicht lesen, in dem ein Bild von Draco und dem blonden Mädchen zu sehen war, mit dem er zuvor schon ausgewiesen war. Anscheinend hatte sie gestern Nacht erneut eine Verabredung. Damit die Kunden sie nicht dabei erwischte, wie sie den Artikel immer wieder las, stapelte sie Bücher auf der Zeitung, wobei sie aber immer einen kleinen Lücke über Dracos Profil ließ, welches zeigte, dass er das Mädchen bei Drinks in Hogsmeade anlächelte. Das Haushaltsbuch lag allerdings permanent über dem Gesicht des Mädchens. Als eine große Frau, die viel zu viel Lila trug, ihr einen guten Tag wünschte, ging sie zurück zu ihren Kritzeleien und fragte sich, was sie heute Abend tun würde, um sich zu unterhalten. Ginny würde heute Abend mit ihrem Team unterwegs sein, aber sehr spät zurückkommen. In zwei Wochen war Halloween und sie wusste, dieses Jahr würde es enorm stressig werden, deshalb wollte sie dieses Wochenende etwas ruhiger angehen lassen. Vielleicht würde sie putzen? Hermina runzelte über ihren Kritzeleien die Stirn, ließ den Blick über das Bild von Draco wandern und beschloss, ein aktiveres Privatleben zu führen, als sich die Ladentür öffnete. Vielleicht hatte Ron recht. Sie musste an den Wochenenden nicht arbeiten, wenn es sie davon abhielt, ein normales Leben zu führen und zum Beispiel die Stadt zu verlassen oder auszugehen. Sie hob die Augen vom lächerlichen Propheten Draco, zwitscherte ein Guten Tag, nur um den echten Draco an ihrem Tisch zu sehen, der nicht lächelte. Sie blinzelte. Was? Sie stellte sich aufrecht hin. Was? Wiederholte er. Begrüßt du so die Kunden hier? Er hob eine Augenbraue und ihre Hände versuchten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, die Bücher zu verschieben, damit die Zeitung überdeckt wurde. Sie nahm einen tiefen Atemzug und versuchte es nochmal etwas netter. Bist du wegen des reservierten Buches hier? Sie sah zu, wie er den Mund öffnete, als wolle er sprechen und dann aber einfach einmal nickte. Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen, aber sie kommentierte sein Verhalten nicht. Hermine griff nach der Tasche mit der Aufschrift Black und begann, eine Zeile in das Kassenbuch einzutragen, welches sie genau auf dem Gesicht des blonden Trottels befand. Das Buch, wie Hermine bemerkte, konnte man durchaus als mädchenhaft bezeichnen, ein Roman von einer weiblichen Autorin, in dem eine junge Frau die Protagonistin war. Sie sah auf, um ihn damit aufzuziehen, merkte dann aber, dass er sie beobachtete. Hat sich der Literaturgeschmack geändert, Draco? Ihr Mundwinkel hob sich zu einem Grinsen. Er blinzelte ihr verwirrt zu und sie wedelte mit dem Buch vor seinem Gesicht herum. Oh, das, das ist nicht für mich. Ah, alles klar. Sie hatte das Gefühl, dass sie ihnen wegen des Geschenkes noch ein wenig mehr aufziehen sollte, aber er stand so starr vor ihr und irgendetwas war merkwürdig an ihm. Sie zog eine Tüte vom Regal, schob das Buch hinein und hielt sie ihm entgegen. Doch er starrte die Tasche nur an. Bietet Cornerstone an, die Bücher als Geschenk zu verpacken? Bieten wir... Ja, das bieten wir an. Sie zog die Tasche zurück und räumte den Tresen frei. Ihr Gesicht erwärmte sich und sie konnte sich nicht erklären, warum. Sie wischte noch einmal über die Oberfläche, schob ein paar Bücher zur Seite und wandte sich zur Rückwand, um sich das Geschenkpapier zu greifen. Als sie wieder zum Tresen kam, realisierte sie erst, dass dort der Tagesprophet sichtbar ausgebreitet lag, nachdem sie die Bücher verschoben hatte. Unwillkürlich hielt sie den Atem an. Sie wagte es nicht, ihm in die Augen zu sehen, deswegen schloss sie die Zeitung und steckte sie in den Mülleimer. Es war was ganz Normales, am Tag die Zeitung zu lesen und vielleicht war das ja der Artikel, bei dem sie angekommen war, als der letzte Kunde sie unterbrochen hatte. Es war die perfekte Ausrede. Gleichzeitig breitete sie das Geschenkpapier aus und legte das Buch darauf. Dabei kam ihr der Gedanke, dass das Geschenk in der Tat für die Blondine sein konnte. Meine Mutter und ich legen einen kleinen Zwischenstopp bei Fortescue's für ein schnelles Mittagessen ein. Oh, grüß sie bitte von mir. Ihre Hände strechen über das Geschenkpapier, bevor sie nach der Schere in der Tasse neben der Kasse griff. Also hatte Narcissa lieber ein Mittagessen mit ihrem Sohn als mit ihr? Schön. Hermine wusste, dass es keinen rationalen Grund gab, beleidigt zu sein. Vertritt dich Mr. Hindens in deiner Mittagspause? Sie sah kurz zur Uhr, während sie das Papier um das Buch faltete. Ja, normalerweise um eins. Ihre Finger kämpften mit dem Tesafilm und sie bemerkte, dass sie intensiv ihre Hände bei der Arbeit beobachtete. Daraufhin sah sie auf das Geschenk und beendete ihre Arbeit schnell. Möchtest du uns beim Essen Gesellschaft leisten? Das Papier glitt ihr aus den Händen. Sie verlor den Griff und ihr Blick flog zu ihm. Sein Gesichtsausdruck war gewohnt neutral, aber als sie nach dem Witz hinter seinen Worten suchte, sah sie, wie er schlucken musste. Möchte deine Mutter eine Wiederholung von letztem Samstag? In der Öffentlichkeit? Hermine lächelte und faltete eine Ecke erneut, klebte sie mit zitternden Fingern fest und griff sich das Geschenkband. Sollte es Kürbissuppe geben, verspreche ich, dass ich sie dich essen lasse. Daraufhin grinste sie das Geschenkband an und umwickelte das Geschenk damit. Richte deiner Mutter bitte aus, dass ich ihre Einladung zu schätzen weiß, aber hier leider zu beschäftigt bin. Es war sehr nett von ihr, mich einzuladen. Ich bin derjenige, der einlädt, Granger. Sah ihn an und seine Augen verzogen, sich zu schlitzen. Wir wissen beide, wer dich geschickt hat, Malfoy. Hermine verzierte das Geschenk mit einer Schleife, schob das Geschenk wieder in die Tüte und hielt ihm diese entgegen. Er nahm sie entgegen und setzte an, etwas zu sagen, doch gerade in diesem Moment öffnete sich ein Stockwerk höher die Tür zu Mortys Wohnung. Morty kam die Trappe hinunter und schob seine Brille zurecht. Miss Granger, läuft das Geschäft heute gut? Ja, sehr. Mr. Malfoy! Nun lächelte er. Was für eine Freude, Sie hier zu sehen! Mortys Augen leuchteten, woraufhin Hermine nur die Stirn runzelte. Mr. Hinderns, wie geht es Ihnen? Draco grinste und schüttelte Mortys Hand zur Begrüßung. Sehen Sie, Noal, wie groß Sie geworden sind! Wow! War er immer schon so groß, Miss Granger? Hermine sah zwischen den beiden hin und her. Äh, nein, er war kleiner. Früher! Sie nahm ihre Feder zur Hand und schrieb einige Notizen ins Haushaltsbuch. Haben Sie alles bekommen, was Sie brauchen, Draco? fragte Morty. Ja, vielen Dank. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um zu sehen, ob Miss Granger mich heute zum Mittagessen begleitet. Meine Mutter wartet am Ende der Straße. Die Tinte tropfte von ihrer Feder und sie biss die Zähne zusammen. Oh, wie wundervoll! Ja, gehen Sie bitte! Ich übernehme den Laden! Morty schob sie bereits hinter dem Tresen hervor in Dracos Richtung. Ich, ich hab hier so viel zu tun, ich denke nicht. Blödsinn! Nehmen Sie sich ruhig alle Zeit, die Sie brauchen! Ehe Hermine wusste, wie er geschah, wurde ihre Handtasche vor die Brust gedrückt, die Feder abgenommen und ihr Körper Richtung Tür geschoben, wobei Morty Draco bat, Narcissa zu grüßen und auf sich selbst Acht zu geben. Hermine fand ihre Orientierung wieder und zog den Gurt ihrer Tasche über ihre Schulter. Draco hielt Hermine die Tür auf, während sie den Laden verließen und wünschte Morty einen guten Tag. Nachdem sie über die Türschwelle getreten war, verstummte das Gerede der beiden und Hermine fand sich allein auf einer ruhigen Straße mit Draco Malfoy wieder und hatte ihm nichts zu sagen. Er ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen, wandte sich ihr zu und hob eine Augenbraue fragend in die Höhe. Nun, herzlichen Glückwunsch, Malfoy, sagte sie und richtete ihre Tasche auf ihrer Schulter erneut. Du hast eine Begleitung fürs Mittagessen? Oh, ich bin ja so froh, dass Morty den Laden über Mittag übernehmen konnte, antwortete er und ging die Straße hinunter Richtung Fortescue's. Über seine Schulter hinweg sagte er, Du sahst aus, als würdest du in Arbeit ertrinken. Sie warf ihm zwar einen düsteren Blick zu, folgte ihm aber dennoch. Die Einkaufstasche von Cornerstone schwang unbeschwert an seiner Hand hin und her und Hermine musste springen, um mit ihm Schritt zu halten. Als an der nächsten Kreuzung eine Gruppe von Menschen ihren Weg kreuzte, mussten sie kurz anhalten und als ihr Weg wieder frei war, spürte sie, wie seine Hand sich auf ihren Rücken legte, um sie leicht zu führen. Sie musste wegen der Berührung zusammengezuckt sein, denn er schaute zu ihr hinunter. Doch sie war zu verlegen, den Blick zu erwidern, weshalb sie ihre Füße dabei beobachtete, wie sie sie über das Kopfsteinpflaster trugen. Nur einen Moment später erreichten sie die Ecke gegenüber von Florian Fortescue und Hermine Sanazissa Malfoy, gekleidet in einem dekadenten blauen Kleid und einem dazu passenden übergroßen blauen Hut, der Hermine sehr an die epischen Muggelkinofilme erinnerte, auf der Terrasse sitzen. Hermine fühlte sich falsch für den Anlass gekleidet. Sie hörte Draco neben sich seufzen und schaute zu ihm auf, wobei sie bemerkte, dass er einen Kommentar zurückhielt. Deine Mutter weiß, wie man ganz sicher einen Eindruck hinterlässt, sagte sie, als sie das Tor zur Terrasse erreichten. Wieder hielt er das Tor auf und als sie an ihm vorbeiging, murmelte er, du hast ja keine Vorstellung. Seine Stimme kitzelte ihr Ohr und eine Gänsehaut breitete sich auf ihrem Körper aus. Sie musste lächeln. Narcissa stand auf, als sie sie sah. Hermine, ich bin so froh, dass du es einrichten konntest. Sie konnte nicht anders als zu bemerken, dass der Tisch bereits für drei Personen gedeckt war. Ja, vielen Dank, sagte Hermine, während Narcissa ihre Hand ergriff und sie in eine leichte Umarmung zog. Ihr Sohn kann sehr überzeugend sein. Narcissa lächelte Draco an und wies Hermine an ihr Gegenüber Platz zu nehmen. Draco rückte ihr den Stuhl zurecht, was wohl zur Gewohnheit wurde, nickte dann seine Mutter zu und ging hinein, um ihr Essen zu bestellen. Es war ein wunderschöner Herbstnachmittag und Narcissa sah im Sonnenlicht, das durch das Terrassendach fiel, umwerfend aus. Sie betrieben ein wenig Smalltalk, bis Draco mit drei Tassen auf Untertassen zurückkam. Oh, danke, Draco. Ich hoffe, du hast genug Honig für euch beide mitgebracht. Hermines Puls setzte aus. Narcissa würde Draco gleich von dem Zufall, dass sie ihren Tee auf die gleiche Weise tranken, berichten und Draco würde sicher gleich alles durchschauen. Sie hielt den Atem an, als Narcissas Lippen sich zu einem Grinsen verzogen. Weißt du, wie Hermine ihren Tee trinkt? Granger trinkt Kaffee. Hermines Blick flog zu ihm, als er eine Tasse Kaffee vor ihr abstellte. Sie konnte sie nur anstarren. Es sei denn, sie möchte Honig in ihrem Tee. Oh, machten Narcissa und ihre Augen wanderten über ihr Gesicht. Ich wusste nicht, dass du Kaffee bevorzugst. Ich, äh, ja, ich trinke öfter Kaffee. Andréko gewann, sagte sie nur, danke. Das nächste Mal, wenn du zu Besuch im Menor bist, werde ich welchen für dich aufkochen lassen. Das ist wirklich sehr nett von ihnen. Hermine gab etwas Milch in ihren Kaffee. In den nächsten 20 Minuten führte Narcissa die Konversation fort und diskutierte alles, vom neuen Eigentümer von Fortescue's bis hin zum neuen McHandry-Roman. Draco sah schweigend daneben, gab drei Löffel Honig und etwas Milch in seinen Tee und knabberte an den Scones, die der Kellner gebracht hatte. Hermine spürte ihn auf ihrer rechten Seite, sah ihn aber nicht an, bis Narcissa ihn in das Gespräch mit einbezog. Sie spürte, wie er sie beobachtete. Hermine Liebes, ich würde gerne deine Eltern kennenlernen, wenn sie das nächste Mal in England sind, sprach Narcissa und Hermine erstickte beinahe an ihrem Scone. Bevor sie husten musste, nahm sie zügig einen Schluck ihres Kaffees. Als sie aufsah, um zu schauen, ob jemand etwas bemerkt hatte, sah sie, wie Draco die Stirn in Richtung seiner Mutter runzelte. Narcissa fuhr aber weiter fort. Werden sie für die Feiertage herkommen, oder besuchst du sie in Australien? Narcissa verteilte währenddessen Marmelade auf ihrem Scone und lächelte sie an. Hermine sah nur auf die Tischplatte. Nichts von beidem, leider. Die Feiertage sind für Zahnärzte eine sehr geschäftige Zeit. Sie verstummte und spürte zwei blasse Augenpaare auf sich. Oh, das ist sehr interessant, warf Narcissa in das Schweigen ein. Wie schade. Und wann planen sie ihren nächsten Besuch? Ich, nun, sie... Hermine hatte das Gefühl, dass sie Lügen und Frühling sagen sollte. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Narcissa Malfoy sie tatsächlich besuchen oder im Frühjahr nachfragen oder darum bitten wollte, ihnen Briefe zu schreiben oder überhaupt weiter darüber zu sprechen, war extrem hoch, erkannte sie. Sie legte das Buttermesser zur Seite, mit dem sie begonnen hatte zu spielen. Als Hermine aufsah, bemerkte sie, dass Draco sie vorsichtig musterte. Sich Narcissa zuwendend, bemerkte sie, dass diese dasselbe wie ihr Sohn tat und wusste, dass sie zu lange gezögert hatte. Tief holte sie Atem und schaute ihre Tasse an. Tatsächlich niemals. Sie lächelte traurig und ihr Blick fixierte Narcissa. Vor zwei Jahren mussten wir ihnen ihre Erinnerungen nehmen, bevor alles begann. Narcissa schürzte die Lippen. Sie leben zusammen in Australien, ohne eine Erinnerung an mich. Sie schluckte schwer und sah auf ihre Hände. Trotzdem führe ich eine Brieffreundschaft mit meiner Mutter, damit ich erfahre, wie es ihnen geht und was sie so machen, faselte sie. Hermine legte ein falsches Lächeln auf und sah, dass Draco seinen Kiefer zusammenpresste und sie stirnrunzelnd anblickte. Sie riss ihre Augen von seinen, als Narcissa ihre Hand ergriff. Es tut mir so leid, Hermine. In Narcissas Augen traten Tränen, als sie Hermine ansah und sie hatte noch nie so ehrliches Mitgefühl von ihr gespürt. Sie entschuldigte sich für so viel. Du bist sehr stark und das bewundere ich so. Hermine nickte nur, damit ihre Stimme nicht brechen konnte, dann nahm sie einen Atemzug. Ich würde gerne über etwas anderes sprechen. Sie stieß ein zitterndes Lachen aus. Ich wollte nicht, dass sich die Stimmung so dramatisch ändert. Sie wagte es, Draco einen Blick zuzuwerfen und fand ihn mit zusammengepresstem Kiefer die Tischplatte anstarrend da sitzen. Das war sehr einfühlsam vom Orden. Er sah ruckartig zu ihr, diese Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen. Von der Art, wie er das Wort Orden aussprach, wusste sie, dass er genau verstanden hatte, was passiert war. Ja, sagte sie und starrte direkt in seine cleveren Augen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Narcissa spielte mit ihrer Tasse und der Milch herum, während sie die beiden beobachtete. Nach weiteren 20 Minuten leichterer Konversation war es für meine Zeit, zurück zu Cornerstone zu gehen. Natürlich schlug sie vor, dass Draco sie zurückbegleitete. Denkst du, dass du weiter in der Aurorenzentrale bleiben wirst? fragte sie. Deine Zeit ist in sechs Wochen um, oder? Ein kühler Wind fegte durch die Gasse und sie musste ihr Haar aus ihrem Gesicht halten. Ja, am 10. Dezember. Er schob seine Hände in die Manteltasche. Ich werde tatsächlich etwas Neues beginnen. Für die Ferien nehme ich mir etwas Zeit und springe dann direkt ins neue Jahr. Neues Jahrtausend. Richtig, sagte sie und konnte sich nicht entscheiden, ob sie froh oder enttäuscht darüber war, ihn nach dem 10. Dezember nicht mehr im Ministerium zu sehen. Was ist dein Plan? An einer Ecke hielten sie kurz an und erholte Luft. Ich gründe mein eigenes Unternehmen. Er räusperte sich kurz und sie sah ihm forschend ins Gesicht. Es ist eine Art Beratungsfirma. Ich gebe es am 1. November bekannt. Seine Sätze waren abgehackt. Seine Augen wanderten über die Straße und sahen alles andere als sie an, aber Hermines Interesse war geweckt. Eine Beratungsfirma? Und worin willst du dich spezialisieren? Er zögerte, bevor er antwortete. Dann holte er noch einmal Luft. Rechtsangelegenheiten und Verträge, Finanzen, Management und Geschäftstätigkeiten und ich hoffe, dass ich einige kleine Branchen aufbauen kann mit ausgewählten Spezialisten. Hermine starrte ihn an. Sie wusste kaum, was die Hälfte davon bedeutete. Sie lachte. Was? Sagte er und sah ihr nicht trauen zu ihr herab. Du gründest einfach ein Unternehmen, sagte sie. Wieder kochte ein Lachen in ihr hoch. Mit 19? Sie lächelte ihn an und schüttelte den Kopf. Du und deine Freunde haben einen dunklen Zauberer mit 18 besiegt, sagte er herausfordernd. Tatsächlich war Harry erst 17. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sie lächelte dem Boden entgegen und beobachtete wieder ihre Füße. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wirst du Rechtsberatung für Anhörungen vor dem Zauberermord anbieten und Unternehmen ihren Finanz- und Geschäftsangelegenheiten beraten? Im Wesentlichen, sagte er sehr unverbindlich. Und du denkst, dass dich Personenunternehmen aufgrund deiner 19-jährigen Erfahrung mit dieser Arbeit beauftragen? Sie wusste, dass es ihn wahrscheinlich provozieren würde, wenn sie ihn leicht ärgerte, aber während er so verschlossen war... Nein, er schüttelte seinen Kopf. Sie werden mein Unternehmen aufgrund des Personals, welches ich einstelle, beauftragen. Spezialisten und so weiter. Ich bin im Gespräch mit Kathberg Mockridge, um ihn aus dem Ruhestand zu holen, damit er die Finanzabteilung übernimmt. Hermine musterte ihn. Kathberg Mockridge war, bevor er in den Ruhestand ging, die Erleitung des Büros für Koboldangelegenheiten. Als er fortfuhr, zogen sich seine Augenbrauen zusammen. Und ich stehe in Verbindung mit Tiberthes Orgdon. Ich plane ihn als Spezialist für Zaubergamott-Angelegenheiten zu gewinnen. Hermine erinnerte sich an den Namen aus der Zeitung. Er war ein Ältester des Gamotts. Er ist von dem Amt zurückgetreten, als Umbridge kam. Er und sein Sohn waren außerdem die Erben des Orgdon Old Fire Whisky Vermögens. Sie musterte ihn, während er diverse andere Personen und deren Eignung aufzählte. Seine Wangen waren pink und er hielt seinen Blick auf den Boden, die Geschäfte oder den Himmel gerichtet, aber niemals auf sie. Er redete schnell, fast als wäre er bereit für einen Streit. Als er Atem holte, weitere Personalentscheidungen zu klären, unterbrach sie ihn. Das ist sehr spannend, Draco, sagte sie und endlich schaute er sie an. Du brauchst dein Unternehmen vor mir nicht zu rechtfertigen. Ich denke, es wird ein sehr großer Erfolg werden. Du warst großartig darin, das Meeting wegen des Dracheneis zu führen diese Woche. Du warst vorbereitet, prägnant und bestimmt. Es ist, als wärst du dafür geboren. Sie lächelte warm. Sein Kiefer spannte sich wieder an und der Wind wehte ihm eine Locker auf die Stirn. Hermine musste wegsehen, um sich davon abzuhalten, diese wegzustreichen und bemerkte, dass sie Cornerstone erreicht hatten. Ihr kam ein Gedanke in den Sinn. Wie scheint, hast du schon eine ganze Weile geplant, sagte sie und registrierte sein Schweigen. Investierst du denn Erbe in dieses neue Unternehmen? Er zögerte. Das ist der Plan. Investition und Leidenschaft sind die wichtigsten Zutaten für Erfolg. Als er sie wieder ansah, wehte der Wind ihre Haare dieses Mal über ihr Gesicht. Sie schob es zurück. Und dein Vater muss sein Vorhaben unterstützen, wenn er dir dein Erbe ausgezahlt hat. Als er wieder weg sah, zuckte sein Auge. Das war etwas, was sie noch nie gesehen hatte. Er mochte es nicht, wenn sie das Thema Lucius zur Sprache brachte. Ja, zuerst einen kleinen Teil. Den Rest bekomme ich am 1. Januar. Das hängt von ein paar Bedingungen ab. Draco kratzte sich am Unterkiefer und verlagerte sein Gewicht. Sie hat ihn noch nie so unbehaglich gesehen, deswegen versuchte sie den Moment etwas aufzulockern. Gut, sagte sie und wandte sich der Eingangstür zu. Wie schade für all die Halbblüter und Muggel geborene Mädchen, die dachten, dass du das ganze Erbe in eine glückliche Zukunft mit ihnen investierst. Sie drehte sich um und sah, wie er sie studierte. Wie enttäuschend für sie. Sie schenkte ihm ein sarkastisches Lächeln. Ich dachte, dass gerade du von allen Menschen wüsstest, dass man nicht ein Wort glauben darf, was Kim Korn druckt. Er grinste sie an. Hermine stand vor der Haustür von Cornerstone und war beeindruckt von dem Bild eines Jungen, der am Ende eines Dates ein Mädchen zu ihrer Tür führte und auf einen Kuss wartete. Ihr Herz schmerzte und sie schüttelte sich kurz. Ich denke, wir haben heute einen guten Job gemacht, Malfoy. Sie lehnte sich in den Wind. Ein ganzes Mittagessen mit deiner Mutter ohne Verluste? Ich würde sagen, das ist ein Fortschritt. Daraufhin grinste sie und sah, wie etwas in seinen Augen aufflackerte. Sie nickte ihm zu, um auf Wiedersehen zu sagen. Granger, sehnte die Hand bereits auf dem Türknauf. Wegen deiner Eltern. In ihrer Kehle knischte es, als sie Atem holte. Ja? Du hast das Richtige getan. Seine Augen waren hell und sein Blick bohrte sich in den ihren. Sie war atemlos. Danke. Warst du, seitdem der Krieg vorbei ist, schon bei deinem alten Zuhause? Nein, nicht seitdem ich gegangen bin. Er nickte ihr zu. Geh nicht. Kapitel 14 Hermine Jean Granger, wach auf! Hermine riss die Augen auf, setzte sich kerzengerade auf, griff nach ihrem Zauberstab, nur um Ginny Weasley auf ihrem Bett stehend vorzufinden. Was ist passiert? Ihr Herz raste und sie hatte das Gefühl, mit einem Eimer Eiswasser übergossen worden zu sein. Was zur Hölle ist das? Ginny stand nun über ihr, die Füße jeweils rechts und links von ihren Beinen und hielt eine Zeitung hoch. Ihre Augen waren aufgerissen und funkelten überraschend aufgeweckt. Was? Ich meine, nun, was ist das denn? Hermines Augen gewöhnten sich langsam an die Helligkeit. Sie schwenkte einmal ihren Zauberstab und erleuchtete alle Glühbirnen im Raum. Nun kniete sich Ginny hin, schlug ihr die Zeitung ins Gesicht und las die Überschrift der Titelseite laut vor, als Hermine diese selber bemerkte. Die unglückliche Liebe zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy. Hermine schraubte nach Luft und riss der wild aussehenden Rothaarige in die Zeitung aus den Händen. Sie entfaltete die Titelseite und fand ein Foto von zwei jungen Menschen, welche vor Cornerstone standen. Sie musste blinzeln, um zu realisieren, dass es sich bei den jungen Menschen um sie und Draco handelte. Beinahe hätte sie sich nicht erkannt. Hatte Kimcon das Foto bearbeitet? Wann ist das da passiert? kreischte Ginny, während Hermine zusammenzogte den Artikelüberflug. Dabei fielen ihr Phrasen ins Auge wie Besuchte sie bei der Arbeit, lusterfüllte Blicke und Mittagessen mit seiner Mutter. Ich, ich, gestern... Hermines Tonhöhe passte sich langsam ungewollt der von Ginny an. Wir haben gestern mit Narzisse zu Mittag gegessen und... Oh, davon weiß ich, unterbrach Ginny sie. Der Artikel geht auf Seite 7 weiter. Was? Hermine blätterte durch die Seiten, um auf Seite 7 einige weitere Highlights inklusive Fotos des Nachmittags zu finden. Ein Foto zeigte sie drei bei Fortescue's und ein anderes, wie sie mit Draco die Straße überquerte, wobei seine Hand wieder auf ihrem unteren Rücken lag, um sie zu führen. Warum hast du mir davon nicht erzählt? Weil es nicht geplant gewesen ist. Er hat mich gefragt, ob ich ihnen beim Mittagessen Gesellschaft leisten möchte. Er hat dich gefragt? Ginny griff nach ihren Schultern. Ich, ja, aber es war klar, dass Narzisse ihn geschickt hatte. Und dann sind wir zu Fortescue gegangen. Hermine zeigte auf das Foto, welches zeigte, wie sie gingen. Draco schwang in der einen Hand seine Tasche von Cornerstone und mit der anderen berührte er sie am Rücken. Und dann haben wir mit Narzisse gegessen. Nun zeigte sie auf das Foto, wo sie auf der Terrasse saßen und Narzisse blendend in ihrer Kleidung und dem Hut aussah. Und dann bin ich wieder zurück zur Arbeit gegangen. Das war alles. Das erklärt aber nicht das hier. Ginny knickte die Seite um, bis sie das Foto auf der Titelseite gefunden hatte. Sie muss es verändert haben. Sie – Hermine unterbrach sich und sah sich das Foto an. Es zeigte Dracos Grinsen und die Art, wie seine Augen sie anblitzten. Sie drehte sich von ihm weg, erklomm die Stufen zur Ladentür und grinste ihm dann ebenso zu. Es sah ganz genauso aus, als würde ein Junge ein Mädchen nach einem Date nach Hause begleiten. Genau so hatte sie es in Erinnerung. Sie hatte all den Muggelgeborenen und Heilblüterinnen, die ihn nicht heiraten würden, ihr Beileid ausgesprochen, worauf er sie angegrinst hatte und ihr versichert hatte, nicht alles zu glauben, was in der Zeitung stand. Oh, Merlin, das ist schrecklich. Hermine vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Schrecklich? Das ist das Genialste, was in den letzten Monaten passiert ist, quietschte Ginny. Wie kannst du das sagen? Hermine griff sie am Arm. Sieh nur, wie verzweifelt ich aussehe. Siehst du, wie einfach es ist, alles zu glauben, was Kim Korn schreibt? Hermine! Ginny kicherte und umfasste ihr Gesicht. Es ist so einfach zu glauben, weil es auf Gegenseitigkeit beruht. Sie stieß mit den Fingern auf Dracos Gesicht. Hermine bemerkte, wie er die Röte ins Gesicht schoss, während sie beobachtete, wie er sie in dem Foto angrenzte. Wenn du verzweifelt bist, sagte Ginny und blätterte wieder zu dem Foto von den Dreien auf der Terrasse, dann ist er am Verhungern. Hermine sah nach unten und sah, dass Narcissa lebhaft mit ihr plauderte. Hermine an dem Scone vor ihr herumpickte und Draco sie beobachtete. Sie konnte sehen, wie Draco einen Schluck von seinem Tee nahm und seine Augen zwischen ihr und seiner Mutter hin und her wanderten. Dann landete sein Blick wieder auf ihr und er leckte sich die Reste seines Tees von der Lippe. Das ist... so ist es nicht. Ich meine, Ginny, so persönlich ist es nicht gewesen. Es ist nicht akkurat dargestellt. Woher willst du das wissen? Auf dem Foto schaust du ihn ja noch nicht einmal an. Oh mein Gott. Hermine musste ihre Augen schließen. Oh mein Gott. Das ist die Sonntagsausgabe. Jeder, den ich kenne, wird das hier sehen. Noch mehr. Diese Zeitung wird in der ganzen Zaubererwelt erscheinen. Ginny lachte, bevor sie und Hermine gleichzeitig einen Gedanken hatten. Ron wird das sehen. Ginny riss die Augenbrauen hoch. Hermine schüttelte den Kopf und hob eine Hand. Ehrlich, gerade kann ich mich nicht auch noch damit befassen. Meine Güte, ist denn in der gesamten Zaubererwelt wirklich dieses Wochenende nichts passiert, was die Titelseite des Tagespropheten einnehmen könnte? Hermine schüttelte die Zeitung und knickte die Ecken. Nun, die Nachricht vom neuen magischen Powerpaar ist schon ziemlich wichtig, würde ich sagen. Ginny musste ein Grinsen unterdrücken. Das hat sie nicht gesagt. Hermine sah sie verblüfft an und Ginny zeigte auf die Stelle im Text, wo das Powerpaar vorgestellt wurde. Das hat sie nicht gesagt. Miss Kim Korn. Ich fühle mich geehrt, dass die mein Privatleben so interessant finden. Ich würde mich jedoch über einen erneuten Artikel freuen, um die folgenden Änderungen wiederzuspiegeln und ihre Genauigkeit zu gewährleisten. Draco Malfoy hat Cornerstone in der Tat seit seiner Entlassung im August häufig besucht. Allerdings wurde er nicht dabei beobachtet, wie er um Miss Granger warb. Er hat seinen Lieblingsbuchladen besucht und nicht seit seiner Entlassung Miss Granger jeden Samstag und Sonntag besucht. Falls der Tagesprophet recherchieren möchte, die Tage, an denen er den Buchladen besucht hat, waren folgende. Sie dürfen gerne Einsicht in Cornerstones Verkaufsbücher nehmen, wenn sie dies wünschen. Miss Granger und Mr. Malfoy wurden nicht beim Knutschen zwischen den Regalen erwischt und ich würde ihre Augenzeugen bitten, ihre Angaben zu überdenken, da eine Falschaussage wie diese einer Angestellten den Job kosten könnte. Die besagte Angestellte wird den Tagespropheten, die Autorin und die Zeugen verklagen, sollte dies passieren. Wenn es sich bei den Pfefferminzbonbons auf dem Verkaufstresen tatsächlich um Draco Malfoys Lieblingsbonbons handelte, so hatte Miss Granger davon keine Kenntnis. Sie hat sie nicht für jeden seiner Besucher herausgestellt. Miss Granger führt weder Ronald Weasley noch Draco Malfoy vor. Sie ist mit keinem von beiden zusammen und hat nicht die Absicht, dies bis zu einem Hochzeitstermin so fortzuführen. Und zu guter Letzt, Miss Granger war sehr wohl zu einem Statement bereit. Sie wurde lediglich nicht darum gebeten. Wenn sie nach einem Kommentar gefragt worden wäre, hätte sie vorgeschlagen, dass die Autorin eine andere Story sucht. Herzlichst Hermine J. Granger Der Tag bei Cornerstone war die reine Hölle. Ritas Artikel hatte Cornerstone bei vielen Hexen und Zauberern wieder ins Gedächtnis gebracht, worüber Hermine nicht glücklicher sein konnte, aber leider lächelte der Zusturm an neun Kunden sie mit aufgerissenen, gierigen Augen an. Um die Mittagszeit, als sie bemerkte, dass ungefähr 20 Personen durch die Regalreihen Strom hatten, aber niemand etwas gekauft hatte, schlussfolgerte sie, dass sie alle darauf warteten, dass Draco auftauchen würde. Sie begann, auf sie zuzugehen, fragte, ob sie Empfehlungen bräuchten, bot ihnen gemütliche Sessel zum Lesen an und endete dann mit Wenn sie fertig sind, warte ich an der Kasse auf sie. Das brachte einige dazu zu gehen. Darunter eine, die nur ein Buch kaufte, dafür über 20 Minuten weinend an der Kasse stand und ihr erzählte, wie wundervoll es war, eine solche Verbindung nach all den Jahren zu sehen. Einige Zeit später kam Morty die Treppe hinunter, sah sich in dem vollen Laden um und sagte, Alle mal hergehört? Miss Granger wird heute keine privaten Interviews geben, da sie hier arbeitet. Mr. Malfoy hat keine Bücher reserviert, also wird er sie heute nicht besuchen. Legen Sie deshalb bitte das Buch dorthin, wo Sie es gefunden haben, oder bringen Sie es zur Kasse, wo ich sie verkaufen werde, da Miss Granger nun Pause machen wird. Herminas Ohren liefen rot an, als sie ins Kassenbuch hinunterlächelte. Morty legte ihr eine Hand auf die Schulter. Wenn ich sie wäre, Miss Granger, flüsterte er, wird ich dort zum Mittagessen, wo es weniger öffentlich als bei For the Scus ist. Als sie nach der Pause wieder zurück in den Laden kam, waren deutlich weniger Leute, die zwischen den Regalen lasen, dort. Morty reichte ihr den Ordner rüber und sagte, Alles klar, jetzt bin ich dran. Seien erwartungsvoll an. Haben Sie die Pfefferminzbonbons für ihn ausgestellt? Hermine lachte daraufhin, weil sie wusste, dass Morty die Bonbons schon vor einiger Zeit selber ausgesucht hatte. Ich hoffe, dass Sie nicht denken, dass davon überhaupt etwas stimmt. Ich würde niemals meine Arbeitszeit damit verbringen, zu knutschen. Das Wort knutschen hörte sich abscheulich aus ihrem Mund an. Ja, ja, ich weiß, Miss Granger. Morty nahm seine Brille ab, um diese zu putzen. Aber bitte seien Sie vorsichtig. Es sah zu ihm auf und er zeigte auf eine Zeitung, die ein Kunde auf dem Tresen vergessen hatte. Sein Finger deutete auf das Foto, auf dem Draco und sie hinunter zu Fortescus gingen. Wieder zeigte es, wie sich seine Hand auf ihren Rücken legte und sie auf der Berührung leicht zuckte und zu Boden sah. Ein Junge kann nicht besonders lange einem Fräulein rühr mich nicht an nachjagen. Verblüfft sah sie ihn an, doch er zog nur wissend die Augenbrauen hoch und verschwand die Treppe hinauf in seine Wohnung. Fräulein rühr mich nicht an! Für den Rest des Tages und den nächsten Morgen ließ diese Bemerkung sie nicht mehr los. Wenn da jemand so tat, als wäre er unantastbar, dann war das... Hermine weigerte sich, diesen Gedanken zu Ende zu führen. Niemand war ein Fräulein rühr mich nicht an! Sie warben nicht umeinander! Am nächsten Tag flohte Hermine zur Arbeit ins Ministerium und ignorierte jedes Flüstern und Starren, während sie zu den Aufzügen ging. Sie teilte sich einen Aufzug mit einer jungen Frau, die sie als eine Slytherin erkannte, welche einige Jahrgänge über ihnen war. Sie sah sie finster an und verdrehte die Augen. Hermine wusste nicht, warum sie deswegen so schockiert war. Natürlich würde es alle möglichen Reaktionen geben. Auf ihrer Etage angekommen, stieg sie aus und ging zu ihrem Schreibtisch, als sie Aiden plötzlich nachher rufen hörte. Granger! Hermine nahm einen Atemzug, um sich zu beruhigen, und drehte sich zu ihm. Guten Morgen, Aiden! Sie wollte heute wirklich nicht von ihm aufgezogen werden. Er joggte neben ihr her, um mit ihr Schritt zu halten und sagte dann verschwörerisch, Hast du schon das Neueste gehört? Das Neueste? Rosenberg geht in Rente! Hermine blinzelte. Rochelle Rosenberg? Aus... aus der Abteilung für Hauselfenangelegenheiten? Aiden grinste zu ihr hinunter, doch Hermines Gedanken rasten. Natürlich erzähle ich dir das nur aus reiner beruflicher Zuvorkommenheit, sagte er großzügig. Ich gedenke mich nämlich für diese Stelle zu bewerben und du wirst den Job offensichtlich nicht bekommen. Nun verdrehte er dramatisch die Augen und erinnerte sie dabei an George. Ich bin der Dienstälteste, also... Sie verlagerte das Gewicht ihrer Tasche auf ihrer Schulter und lächelte. Ja, einen Tag vor mir eingestellt worden zu sein, mach dich zum Dienstälteren. Sie wusste, dass er sich nicht für die Stelle bewerben würde. Nun gut, es gibt einiges zum Nachdenken, sagte er und ging zu seinem Schreibtisch zurück. Oh, und Granger, du hast übrigens einen Besucher. Sie sah nur, wie er zu ihrem Schreibtisch hinübernickte. Hermine zog die Augenbrauen zusammen und versuchte sich daran zu erinnern, ob sie ein Meeting hatte. Hoffentlich ließ sie Methilda nicht warten. Sie ging um die Ecke zu ihrem Schreibtisch und sah, wie Draco Malfoy auf ihrem Stuhl saß, die Beine auf ihrem Schreibtisch abgelegt hatte und durch eine ihrer Akten blätterte. Als er sie bemerkte, sah er zu ihr auf und grinste. Hallo, Geliebte. Ihre Wangen brannten und ihr entwich all Luft aus ihren Lungen, was ihr als kleines Lachen tarnte. Guten Morgen, Malfoy. Sie brauchte einen Moment, um ihren Mantel aufzuhängen und ihre Tasche in die Schublade zu räumen. Was bringt dich zu mir? Roberts. Oh. Sie war gleichzeitig enttäuscht und erleichtert. Als er sich wieder zu ihm drehte, saß er nach wie vor auf ihrem Stuhl. Gibt es weitere Probleme mit den Dracheneiern? Weil sie nicht wusste, was sie mit ihren Händen machen sollte, stemmte sie diese in ihre Hüften. Oh nein, winkte er mit der Hand ab. Das hat sich bereits alles am Freitag geklärt. Der Käufer ist gefasst und wird gerade verhört. Er sah zu ihr auf. Ich hatte gedacht, dass diese Nachricht es bis in die Zeitung schafft, aber anscheinend gab es wohl wichtigere Dinge, über die es zu berichten gab an diesem Wochenende. Genau, sie versuchte sein Grinsen zu erwidern. Anscheinend. Sie drehte sich zu ihrem Aktenschrank und versuchte beschäftigt zu wirken, da er immer noch nicht von ihrem Stuhl aufstand. Ich habe Kimcon geschrieben und sie darum gebeten, einige ihrer eklatanten Ungenauigkeiten zu korrigieren. Ich hätte gehofft, dass die Korrektur heute im Propheten erscheint, aber hoffentlich noch diese Woche. Sie zog einige Akten hervor, an denen sie heute arbeiten wollte und ein neues Tintenfass, obwohl sie sicher war, dass in dem neben Dracos Fuß noch genügend Tinte drin war. Ungenauigkeiten. Draco tat so, als würde er schmollen und Termine wünschte, er würde seine Lippen nicht so verziehen. Du meinst, die Pfefferminzbonbons waren gar nicht für mich? Sie unterdrückte ein Lächeln und tippte seine Füße mit einer Akte an, weil sie nichts anderes tun konnte, als auf ihrem Schreibtisch zu sitzen. Daraufhin schwang er seine Füße vom Tisch, stand auf und knöpfte seinen Umhang zu. Hermine quetschte sich nun an ihm vorbei und ignorierte, wie sich ihre Körper dabei berührten. Du hattest was von Roberts gesagt? Sie verteilte ihre Akten auf dem Tisch und ersetzte das volle Tintenfass mit einem anderen vollen Tintenfass. Er reichte eine kleine Notiz, weshalb sie ihn kurz musterte, sich dann aber setzte und sie öffnete. Es war eine Kopie. Mathilda, ich habe gehofft, dass ich mir Grange ausleihen kann, damit sie mit Mr. Malfoy in einem Fall arbeiten kann. Ich denke, die beiden könnten den Fall bis Ende der Woche gelöst haben. Ich hoffe, du kannst kurzfristig auf sie verzichten. Gewähnen. Eine Woche? Arbeiten mit Malfoy? Ich habe uns den Konferenzraum ein Stockwerk höher reserviert, weil ihr hier in Stockwerk 4 erschreckend kleine Zimmer und Kabinen habt. Ich denke, meine eigene Kabine ist zweimal so groß wie deine, Granger. Er sah sich um und hob abschätzig eine Augenbraue. Und ich arbeite nur vorübergehend hier. Sie sah ihn finster an und er ging. Vorher rief er ihr aber noch über die Schulter. Ich sehe dich um eins, Granger. Sie steckte so in Schwierigkeiten. Sie hatten den Fall am Mittwochnachmittag gelöst. Sie schafften das auf die Schnelle zum einen wegen ihrer kombinierten Brillanz und zum anderen, weil Hermine so hart arbeitete wie ein Hockrux, um aus diesem Konferenzraum zu entkommen. In dem Fall ging es um alte Runen, was bedeutete, dass es vor allem darum ging, aufs Höchst konzentriert zu sein. Das war fast unmöglich, wenn Draco aussah und roch wie Draco. Am Dienstag betrat Hermine 30 Minuten eher als nötig den Konferenzraum, um etwas Ruhe zu haben, bevor Draco eintrat. Das hatte leider nicht funktioniert. Er war 28 Minuten zu früh und trug einen Kaffeebecher für sie und einen Teebecher für sich selber. Er stellte den Kaffee vor ihr ab und begann über die Runen zu sprechen. Er erlaubte ihr nicht einmal, sich zu bedanken. Nach ungefähr 20 Minuten, als er erstmal angekommen und sich in seinen Notizen eingelesen hatte, nahm Hermine einen Schluck von ihrem Kaffee und merkte, dass sie genauso zubereitet war, wie sie ihn mochte. »Woher wusstest du, dass ich lieber Kaffee als Tee trinke?« Er blättete eine Seite um. »Jeder weiß, dass du Kaffee vorziehst, Granger.« Sie blinzelte ihn an, doch er las einfach weiter. »Doorst du ihn während all der Jahre über sämtliche Bücher der Hogwarts-Bücherei vergossen?« Sie schnappte nach Luft. »Das würde ich niemals!« Um seinen Mundwinkel herum zuckte es. »Ich hab die Bücher gecheckt, nachdem du die benutzt hast. Die Seiten waren beschmutzt mit vergossenem Kaffee. Man könnte meinen, jemand hätte sie daran gebadet.« Sie wusste, dass er sie aufzog, deswegen starrte Hermine ihn an, als er eine weitere Seite umblätterte und ein Grinsen unterdrückte. Sie versuchte, sich daran zu erinnern, wann Harry oder Ginny ihr das letzte Mal anstelle von Tee Kaffee angeboten hatten. Am Mittwochmorgen stürmte sie wütend in den Konferenzraum. »Diese Schlampe!« Sie wedelte mit der Morgenausgabe der Zeitung vor ihm herum und sah genau im richtigen Moment auf, um zu sehen, wie Draco sich an seinem Tee verschluckte. »Tschuldigung«, winkte sie ihm zu. »Aber sie ist unverschämt!« Draco trocknete sich den Mund mit seiner Serviette ab und sagte, »Ich nehme an, es geht um Kim Kohn.« »Ja!« Hermine warf ihm die Zeitung entgegen und merkte dann, dass er den blauen Umhang trug, der seine Augen so sehr betonte. »Verflucht sei er!« »Ich habe gestern Abend einen Brief geschrieben, in dem ich gefragt habe, wie es mit meiner Korrektur aussieht und damit gedroht, den nächsten Brief an ihren Chef zu schicken. Und dann druckt sie heute Morgen das!« Sie beobachtete, wie sein Blick suchend die Seite überflog, bis er den zehn Zentimeter großen Kasten in einer der unteren Ecken fand. Eine Korrektur zu die unglückliche Liebe zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy. Granger und Malfoy wurden nicht erwischt, wie sie bei Cornerstone knutschten. Er sah sie über die Rand der Zeitung hinweg an und sie warf vor lauter Ärger die Arme in die Luft. »Hast du mehr erwartet, Granger?« »Ich habe mehr verlangt! Ich habe einen neuen geänderten Artikel verlangt!« Er schlug die Zeitung zu und warf sie ihr zurück. Dann grinste er. »Und welche Angaben des Sonntagsartikels haben dich so geärgert, Granger?« Sie blinzelt ihn verdutzt an, die Hände in die Hüften gestemmt. Sie konnte fühlen, wie sich die Hitze ihren Rücken hinaufschlich. »Die Ungenauigkeiten!« Draco beobachtete seine Finger, wie sie mit einem abgebrochenen Stück Holz spielten. »Ich glaube, Kim Kuhn hat geschrieben, dass ich dich bei der Arbeit besucht, dich zum Essen mit meiner Mutter eingeladen und dich danach zurückbegleitet habe.« Er sah unter seinen langen Wimpern zu ihr auf. »Ist es nicht so gewesen?« Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. »Das war eine Falle, oder etwa nicht?« »Na gut«, sie verschränkte ihre Arme vor dem Körper. »Es war ihre fantasievolle Interpretation der Tatsachen. Die lusterfüllten Blicke und Übertreibungen.« »Ah, aber ich glaube, mit den lusterfüllten Blicken war ich gemeint.« Wieder hob er eine Augenbraue. »Bist du besorgt wegen der Reichweite des Tagespropheten?« »Was, wenn es die Nachricht bis...« »Sagen wir Irlandschaft?« Nun stieke die Röte in den Wangen auf. Er starrte sie ganz zwanglos an. »Nein, nicht wirklich«, sie zuckte mit den Schultern. »Ich war eher wegen deines Rufes besorgt.« Das Grinsen verließ sein Gesicht. »Aber wenn es sich nicht kümmert, dann lasse ich es nun auch bleiben.« Sie setzte sich an den Tisch, zwanglos. »Mein Ruf?« »Ja«, beiläufig öffnete sie ihren Notizblock. »Wenn ich für jeden Tag der Woche eine Freundin hätte, würde ich mich nach diesem Artikel richtig ins Zeug legen, alle Missverständnisse wieder zu beseitigen.« Dennis, Eishermina, Rückzug, Rückzug. Er kicherte. Dieses Geräusch ging ihr durch Mark und Bein. Dennoch verließ ihr Blick nicht den Notizblock. »Wie nett von dir, dass du Sorgen um mein Privatleben machst, Granger. Aber ich glaube, meine Aktien könnten gestiegen sein«, sagte er gedehnt. »Nichts könnte mein Ruf so stärken, wie mit dem Golden Girl zu gehen.« Düster sah sie ihn an. Seine Augenbrauen hoben sich erwartungsvoll und er schob ihre Tasse Kaffee entgegen, die sie bis dahin nicht bemerkt hatte. Nachdem Hermine und Draco den Fall mit den alten Runen gelöst hatten, verliefen der Donnerstag und Freitag ziemlich ereignislos. Sie hatte eine persönliche Danksagung von Roberts erhalten, da sie ihre Arbeitszeit der Aurorenzentrale geschenkt hatte. Außerdem hatte er ausdrücklich seiner Hoffnung kundgetan, in Zukunft häufiger mit ihr zu arbeiten. Am Samstagmorgen erwachte sie spät, weshalb sie sich schnell ein paar Klamotten überwarf und mit wenig Zeitpuffer zum Operationspunkt rannte. Direkt neben Florence Fortescue's erschien sie wie aus dem Nichts und rechts neben ihr hältte ein Blitz ihr Gesicht. »Miss Granger«, schrie der Reporter, »wie hat Draco Malfoy mit Ihnen Schluss gemacht? War es ein Schock oder hat er sie einfach im Stich gelassen?« Sie stolperte. Dann sah sie den Reporter, der eine Kamera in der Hand hielt, und gierig lächelte an. »Entschuldigen Sie?« Mit ihrem Blick erdolchte sie ihn beinahe. »Selbst wenn ich mit Draco Malfoy zusammen gewesen wäre und selbst wenn er mit mir Schluss gemacht hätte, wie können Sie es wagen, jemanden solch eine Frage zu stellen?« Er zuckte nur mit den Achseln. »Gut, dann haben Sie Katja Victor getroffen? Und was halten Sie von ihr als eine von Dracos Malfoys Freunden?« Er grinste ihr zu. »Ich habe sie nicht getroffen, also habe ich keinen Kommentar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« Hermina drehte sich auf der Stelle um und ging mit rasenden Gedanken die Straße entlang in Richtung Cornerstone. Wer zur Hölle war Katja Victor? Wie sich herausstellte, war Katja Victor der Name des bulgarischen Mädchens, mit dem Draco Malfoy nach seiner Freilassung von Azkaban ausgegangen war und Star des Artikels »Draco Malfoy findet die Liebe«. Katja Victor war außerdem auch das Mädchen, mit dem Draco Malfoy in der gästigen Nacht ausgewesen war. Der Tagesprophet hatte ein Foto, auf dem sie sich küßten, und einen Artikel, in dem Kim Korn den Verlust des neuen magischen Powerpaares betrauerte, gedruckt. Bevor sie zu Cornerstone gehetzt war, hat Hermina einen Stopp in der Redaktion des Tagespropheten eingelegt, sich eine Zeitung gegriffen und diese in ihren Taschen gesteckt. Nachdem sie den Buchladen geöffnet und alles Nötige erledigt hatte, blieben ihr noch zwei Minuten, um die Zeitung hervorzuholen und zu lesen. Auf der Titelseite war nichts zu finden, aber als sie zum Gesellschaftsteil blätterte, den Kim Korn schrieb, fand sie Draco wie er das Haar aus dem Gesicht der Bulgaren strich und sich ihr entgegenbeugte, um sie zu küssen. Das Mädchen lächelte gegen seine Lippen. Als das Bild sich wiederholte, runzelte Hermine die Stirn. Im fünften Schuljahr hatte sie Draco und Pansy Parkinson oft beim Knutschen in den Gängen erwischt, auch ein paar Mal im sechsten Schuljahr. Manchmal war sie zu nervös gewesen, um sie zu unterbrechen, weil sie wusste, dass es bedeutete, zwei Slytherins gegen sich zu haben. Aber manchmal war sie auch eifersüchtig genug gewesen, um sich zu räuspern. Pansy hatte sie dann finster angestarrt und ihr Schimpfworte entgegengeworfen, aber Draco hatte sich von Pansy weggedreht, welche gegen die Wand gedrückt hielt, nach Atem geschnappt und sie mit eisigen Augen gemustert. Das Foto sah ganz und gar nicht aus wie die Knutscherei mit Pansy. Draco strich Katja die Haare aus den Augen und lehnte sich langsam zu ihr. Es war weniger... hektisch. Hieß das, Draco wollte sie weniger? Oder dass er sie mehr mochte? Hermine überflog den Rest des Artikels und zog einige Masse, als sie über ihren eigenen Namen stolperte. Katja arbeitete als Model in Bulgarien und ihr Vater war ein Professor in Dormstrang. Überraschenderweise war sie ein Halbblut und in der letzten Zeile stand Die arme Hermine Granger, wie nimmt sie wohl die Neuigkeit auf? Nicht gut, kichert Hermine, als der erste Kunde eintrat. Sie warf die Zeitung in den Mülleimer. Nach einem sehr langen Tag voller mitleidiger Blicke und vielen Was für eine Schande! War es endlich Viertel vor sechs. Als der letzte Kunde den Laden verließ und ihr eine gute Nacht wünschte, lehnte sich Hermine an den Tresen und genoss für zehn Sekunden die Ruhe, bevor die Tür sich erneut öffnete. Es war Draco, der eintrat. Ihre Augen verengten sich zu schlitzen. Was möchtest du hier? Während er die Stufen zum Verkaufstisch erklommen, hob er eine Augenbraue. Ein Buch? Verkaufen Sie die hier? Sie sah auf die Uhr. Wir schließen in 14 Minuten. Du musstest unbedingt kurz vor Schluss hierher kommen. Nun, ich wollte keine Zeugen bei unserer heißen Liebesaffäre Granger. Er lehnte sich an den Tresen und sie wandte sich einem Stapel Bücher zu, damit er nicht sah, wie sie errötete. Beeil dich, ich muss die hier alle noch einräumen. Es ist reserviert. Sie hielt inne und musste sich das Regal mit den reservierten Exemplaren, wobei ihr erst jetzt eine Tasche auffiel. Sie hob fragend ihre Augenbrauen, woraufhin er es ihr gleich tat. Er beobachtete, wie sie das Buch in das Kassenbuch eintrug. Ein Reporter hat mich heute gefragt, ob du mich im Stich gelassen hättest, sagte sie und sah ihn flüchtig an. Ich nehme an, dass du mit einem deiner Mädchen gestern Nacht gesehen wurdest? Ja, Katja. Ich habe noch sechs weitere diese Woche. Sah zu ihm auf. Eine für jeden Tag in der Woche, oder? sagte er. Sie blickte ihn finster an, weil er ihre Worte gegen sie verwendete. Was mich daran erinnert, sprach er gedehnt. Hast du noch weitere Exemplare von dem Buch hier? Er tippte das Girlie-Buch an, von dem sie gerade den Titel notierte. Sie feixte, während sie den Eintrag beendete. Weißt du, Draco, nur weil du ihnen die Bücher gibst, bedeutet es nicht, dass sie lesen lernen werden. Als er nicht antwortete, sah sie ihn direkt an und bemerkte, wie er sie beobachtete. Seine Augen blitzten sie an. Granger, sagte er. Wenn du es vermisst, mit mir in der Zeitung abgebildet zu werden, dann denke ich vielleicht darüber nach, dass mein Mittwochmädchen sowas wie eine Blindgängerin ist. Der Tag gehört ganz dir. Seine grauen Augen musterten sie und sie runzelte nur die Stirn. Ich werde im Kalender nachsehen und sag dir dann Bescheid. Sie hielt ihm die Tüte entgegen. Geschenkverpackung. Er sah so unschuldig aus mit den hochgezogenen Augenbrauen und den weit aufgerissenen Augen. Sie riss eine Geschenktasche und das Geschenkpapier heraus, klatschte alles auf die Theke und sagte, mach es selbst. Dann griff sie sich den Stapel Bücher und ging, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, recht zu den Regalen. Als sie erstmal hinter den Regalreihen verschwunden war, entließ sie einen kleinen Säufzer. Ihr Herz hemmerte wütend in ihrer Brust und ihr Gehirn versuchte herauszufinden, welches Recht sie hatte, so wütend auf ihn zu sein. Nachdem sie ein paar Bücher in die Regale gestopft hatte, bemerkte sie, dass sie gar nicht gehört hatte, wie sich die Tür öffnete. Vorsichtig streckte sie den Kopf hinter den Regalen hervor und sah, wie Draco Malfoy hinter dem Tresen stand und an einer Rolle Geschenkpapier zerrte. Malfoy, sie eilte zur Kasse, legte den Stapel Bücher wieder ab, stürzte in den Tresen und schubste ihn. Du darfst hier nicht hinter sein. Du hast gesagt, mach es selber, sagte er grinsend. Gib mir das. Sie griff nach der Rolle Geschenkpapier und ging um ihn herum, um es auf der anderen Seite abzulegen. Du willst nicht einfach nur eine Geschenktasche? jammerte sie. Naja, Katja hat ja schon das andere von dir schön verpackte Geschenk letzte Woche erhalten, also kann ich die anderen Geschenke nicht schlechter eingepackt vergeben. Am besten hält man diese Sachen immer gleich. Du bist unverbesserlich. Sie zog einem Geschenkpapier, holte das Buch aus der Tüte und legte alles auf den Tresen. Da Draco sich immer noch nicht bewegt hatte, stand er nun neben ihr, während sie das Buch verpackte. Wie läuft dein Drachenprojekt? Sie sah ihn an, wieder beobachtete er sie und wieder hatte sie dieses leise Gefühl, dass eigentlich er der Drache war. Hm, gut. Sie faltete gerade das Papier um das Buch. Tatsächlich habe ich gestern meinen Vorschlag eingereicht, damit Mathilda darüber schauen und gegebenenfalls ein paar Änderungen vornehmen kann, bevor es bei Kingsley eingereicht werden kann. Ich meine natürlich Minister Shacklebolt. Und hast du dich schon mit dem Minister getroffen, um alles zu diskutieren? Ungläubig blickte sie auf und fand ihn nur ein paar Zentimeter von ihr entfernt, lässig an den Tresen gelehnt stehend. Ähm, nein? Sie runzelte die Stirn. Deswegen reicht man Vorschläge ein. Nun war er es, der ungläubig die Stirn runzelte. Du bist eng mit dem Zaubereiminister befreundet und hast mit ihm im Krieg gekämpft. Wenn du den Mann nicht mal auf einen Tee oder Kaffee einladen kannst, um über ein Herzensprojekt zu sprechen, wofür ist dann diese Freundschaft gut? Sie griff sich die Schleife. Wie wirklich Slytherin-mäßig von dir. Eine Freundschaft kann nicht bloß eine Freundschaft sein. Für dich muss dabei etwas rausspringen. Ist das richtig, Mervoy? Und wie Gryffindor-mäßig von dir, sagte er leise. Er trat noch einen Schritt näher. Mutig eine Sache beginnen, bevor man irgendeine Idee hat, wie man bekommt, was man will. Unwillkürlich hielt sie die Luft an. Dann sah sie ihm in die Augen und bemerkte, dass er nicht länger über Drachen sprach. Ihr Gedanken rasten, und sie spürte, wie der Tischkannte sich in ihre rechte Hüfte drückte. Wieder hatte er sie zwischen sich und etwas anderem eingeklemmt. Ist alles in Ordnung hier unten? ertönte Mortys Stimme und das Quietschen einer Tür. Mr. Mervoy, was für eine Freude, Sie wiederzusehen! Als Draco einen Schritt zurück trat, hatte Hermine wieder Luft zum Atmen und beobachtete, wie seine pinken Wangen Morty anlächelten. Während die beiden Männer Smalltalk hielten, schaute sie erneut auf die Uhr und bemerkte, dass es nun fünf nach sechs war. Wunderbar. Ihr Blick fiel auf den Stapel Bücher, der immer noch eingeräumt werden musste. Grange hat gerade ein Geschenk für mich eingepackt. Ich glaube, ich habe sie aufgehalten. Und jetzt ist sie schon länger als die übliche Zeit hier, deshalb entschuldige ich mich. Hermine schnaubte. Entschuldigen? Sie merkte, wie Draco ihr einen Blick zu warf, als sie ihren Zauberstab zog und das geöffnete Schild umdrehte, damit von außen zu lesen war, das nun geschlossen war. Gar kein Problem, mein Junge. Äh, Morty schnappte sich den Stapel Bücher. Oh nein, Morty, die kann ich doch, versuchte sie ihn aufzuhalten. Ach was? Machen Sie hier ruhig alles zu Ende und ich beginne mit dem Einsortieren. Damit verschwand Morty in der Literaturabteilung. Draco hatte sich immer noch nicht wieder bewegt, weshalb er jetzt auf sie hinunterstarrte. Sie runzelte nur die Stirn und drehte sich wieder zu dem Geschenk, welches er einem seiner Mädchen geben wollte. Sie schnitt etwas Geschenkband ab, wickelte es um das Buch, verknotete es und versteckte die Enden. Sie lehnte sich an ihm vorbei, ignorierte dabei, wie ihre Rippen ihn berührten und griff nach der Einkaufstüte. Und dann schob sie das Buch hinein und drückte es ihm in die Arme. Danke für Ihren Einkauf bei Cornerstone, sagte sie trocken. Er zog nur eine Augenbraue hoch und sie schritt an ihm vorbei, wobei ihre Körper sich wieder berührten und ging, um Morty beim Einsortieren der Bücher zu helfen. In der gesamten nächsten Woche tat Hermine so, als würde den Gesellschaftsteil der Zeitung nicht verfolgen, scheiterte daran aber kläglich. Es gab keine weiteren Artikel über Draco und wie er mit anderen Mädchen ausging, weshalb sie sich fragte, ob sie deswegen glücklich oder besorgt sein sollte. War Katja die eine, wenn er keine andere mehr datete? Sie schüttelte sich und versprach sich selbst diese Woche nicht mehr an Draco zu denken. Ginny! Sie schlug die Tür zu ihrer Wohnung hinter sich zu. Ginny lag auf der Couch und sah erwartungsvoll zu ihr auf. Ich möchte auf Dates gehen. Ginny kaute auf ihrem Grillkäse, schluckte und sagte, das ist wirklich nett, Hermine, aber im Moment bin ich mit Harry zusammen. Vielleicht werden wir Schluss machen? Hermine rollte mit den Augen und warf ihre Tasche auf den Stuhl. Ich denke, es ist an der Zeit für mich, mit anderen Männern auszugehen. Wirklich? Ginny's geweitete Augen lagen auf ihrem Gesicht. Ja. Hermine startete sie an und Ginny startete zurück. Dann sagte Hermine, und was mache ich jetzt? Daraufhin kicherte Ginny. Nun, ich könnte eine Liste zusammenstellen von Typen, die Single sind und dich interessieren könnten. Gut, ja. Hermine stemmte die Hände in die Hüften. Aber eigentlich fragst du sie nur, ob sie Interesse daran hätten, mit dir was trinken zu gehen. Vielleicht eine Tasse Tee. Ich frag sie? Ja, Hermine. Wir befinden uns fast im 21. Jahrhundert, weißt du? sagte Ginny. Hermine hustete. Also, soll ich dir nun die blonden, ehemaligen Todesser-Arschlöcher auflisten? Oder haben sich deine Interessen verändert? Nein, nein. Hermine machte ein finsteres Gesicht. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr länger an Draco Malfoy zu denken. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Ginny schenkt ihr ein kleines Grinsen. Gut für dich. Das war natürlich am Montag. Am Dienstag hatte Harry Hermine zum Mittagessen in die Cafeteria eingeladen. Die verkaufen jetzt Mandelcroissants, Hermine. Wo sie Draco getroffen hatten. Harry, der so höflich und ahnungslos wie erwartet war, lud ihn natürlich ein, sich zu ihnen zu setzen. Die meiste Zeit nippte sie an ihrem Kaffee, während sie zuhörte, wie die beiden über das Quidditch-Spiel am kommenden Wochenende sprachen. Am Sonntag war Halloween, erinnerte sie sich, und sie wusste, dass Harry den Tag mit Hermine füllen würde, um nicht an den Jahrestag zu denken, der Halloween für ihn bedeutete. Du wirst bei dem Spiel dabei sein, oder? Hermine rührte in ihrem Kaffee und tunkte Stücke ihres Croissants hinein. Sie wartete auf eine Stimme, doch als keine Antwort kam, sah sie auf und bemerkte, dass beide Jungen sie anstarrten. Was? Es tut mir leid, ich? Ihre Wangen brannten. Ja, sagte Harry, du wirst doch zu dem Spiel an Halloween kommen. Ich denke, dass alle Abteilungen kommen werden, egal ob ihr Team spielt oder nicht. Ich, ich meine, ich könnte, ja, stammelte sie. Ich werde um zehn arbeiten müssen, aber... Cornerstone hat an Halloween geöffnet, fragte Draco. Sie sah ihn an und blinzelte. Oh, ich denke, ich denke nicht. Großartig! Harry lächelte. Wir schlachten die vom magischen Transportwesen ab und dann gehen wir alle was trinken. Großartig! Hermine war weniger begeistert. Die restliche Woche verging wie im Fluge. Ginny hatte keine Zeit verloren, sie in Verbindung mit Rolfs Commander zu bringen. Er war jemand, der sie wirklich faszinierte. Aber leider bestand keinerlei Chemie zwischen ihnen. Sie hatten ein wundervolles, dreistelliges Gespräch über alles Mögliche während ein paar Drinks geführt. Doch als das Date zu Ende war, musste Hermine feststellen, dass sie überhaupt nichts voneinander erfahren hatten. Rita Kimcon stimmte dem natürlich nicht zu. Ihr Gesellschaftsartikel am Freitag wurde von einem Foto von ihrer lebhaften Diskussion über die Studien seines Großvaters zugrundelos begleitet. In dem Artikel ging es darum, dass sie sich sehr gut verstanden und es in Anschein hatte, dass sie sich von dem Schmerz der Zurückweisung von Draco Mephy erholte. Am Freitag hatte Mathilda Zeit, um mit über das Gringotts-Projekt zu sprechen. Aber leider hatte sie die gleichen Kritikpunkte wie Draco, nämlich, dass die Kobolde nicht kooperieren wollten. Was ich über Kobolde weiß, sagte Mathilda und band ihre Haare zu einem Zopf zusammen, wobei sie einige Strähnen vergaß. Ist das sie es wirklich vorziehen, die Dinge exakt so weiterzuführen, wie sie es bis jetzt getan haben? Der nächste Drache ist bereits ausgesucht und zum Reservat in Wales transportiert worden, um trainiert zu werden. Mathilda zog eine Grimasse. Was? Hermine sprang auf. Sie foltern und blenden bereits einen anderen Drachen? Naja, es ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her, Hermine, sie seufzte. Sie müssen das Geschäft am Laufen halten. Was ist mit meinen Vorschlägen? Aroren, die die unteren Verliese bewachen oder gebt den Hauselfen neue Möglichkeiten. Sie könnten bei Gringotts arbeiten, indem sie Sachen aus den Verließen holen, die nur sie betreten können. Die Kobolde wollen keine Zauberer in ihre Angelegenheiten involvieren und du weißt besser als jeder andere, dass Hauselfen beeinflusst werden können, wenn sie jemanden von außerhalb loyal sind. Mathilda schloss die Akte und Termin hatte das Gefühl, dass das der Todesstoß für ihr Projekt war. Es tut mir leid, Termine. Die Kobolde wollen ihre Bestie. Wegen dieses Gesprächs hat Hermine für den Rest des Tages schlechte Laune. Über die vergangenen Wochen hatten sie und Narcissa regen Briefkontakt gepflegt und nicht einmal die Ankunft einer kursiv geschriebenen Einladung zum Mittagessen in der nächsten Woche konnte sie aufheitern. Sie antwortete, dass sie sich gerne mit ihr treffen wolle und dass es am Montag am besten passte. Am Samstagnachmittag um halb sechs war Hermine bereit für einen freien Tag. Vor allem als Draco Malfoy Pfeifen bei Cornerstone reinschneite. Finster blickte sie ihn an. Draco, nur weil Kim Kond schreibt, dass du Cornerstone jeden Samstag besuchst, heißt das nicht, dass du es auch tun musst! Sie drehte sich um, schnappte sich sein reserviertes Buch und klatschte es härter als gewollt auf den Tisch. Flüchtig blickte sie zu ihm auf und er warf ihr einen vorsichtigen Blick zu. Du siehst heute ausgesprochen wild aus, Granger. Hast du was Neues mit deinen Haaren angestellt? Wenn es ging, schaute sie noch finsterer drein als zuvor. Muss dieses Buch als Geschenk verpackt werden, Sir? Selbstverständlich, sagte er. Sie zog das Kassenbuch hervor und begann darin zu blättern. Es war seit Stunden nicht mehr benutzt worden, da am Tag vor Halloween wenig los war im Laden. Dein Gespräch mit Mathilda lief nicht gut, was? Sie hielt in ihrem Tun inne und sah ihn an. Vorher weißt du das? Ich habe Dinge gehört. Er hob wieder seine Augenbrauen. Stirnrunzelnd wunderte sie sich, ob Mathilda mit anderen über sie redete. Vielleicht mit Roberts? Sie denkt, dass die Kobalte keine Kompromisse machen wollen, dass sie ihre Bestie wollen, sagte sie. Dann konzentrierte sie sich wieder auf das Buch und notierte den Titel. Das ist zu schade. Dir fällt bestimmt was anderes ein. Sie wollte ihm gerade antworten, doch dann fiel ihr der Titel auf. Es war ein Kinderbuch, ähnlich zu Biedel dem Baden, aber weniger bekannt. Flüchtig zu ihm aufblickend, sagte sie, kann deine Freundin mit den Romanen nicht zurecht? Daraufhin musste er grinsen. Nachdenklich blickte sie wieder auf ihr Kassenbuch. Wir könnten auch ein Wörterbuch für sie einpacken. Unschuldig sah sie ihn wieder an und er stützte sich mit den Ellbogen auf den Tresen ab. Nein, nein. Wenn sie schwierigere Wörter lernen würde, müssten wir mehr kommunizieren. Natürlich. Hermine schüttelte den Kopf und zog an der Rolle Geschenkpapier, um mit Scheren etwas in der kleinen Größe des Buches davon abzuschneiden. Wenn sie das hier mag, Draco, dann kann ich noch ein weiteres empfehlen. A für Akromantula, B für Besen, C für Chemie. Es ist ein Bestseiler für die Zielgruppe. Sie legte das Buch in die Mitte und begann damit, die Seiten des Papiers drumherum zu knicken. Du hast angefangen, mich Draco zu nennen, schnarrte er und ihre Hände hörten automatisch mit der Arbeit auf. War das eine Frage? Als sie ihn ansah, sah sie, dass er sie mit einem Blick fixierte und schaute schnell wieder weg. Verlegen strich sie sich einig, verirrte Locken zurück und sagte, Nun, ich denke, deine Mutter nennt dich Draco, also, ja, ich kann sie einfach nicht dazu bringen, damit aufzuhören, witzelte er. Sie kämpfte mit dem Lächeln, welches sich auf ihre Lippen schleichen wollte und hielt ihren Blick auf das Geschenkpapier gesenkt. Sein linker Daumen und Zeigefinger spielten mit dem Slytherin Ring an seinem rechten Daumen, nur ein paar Zentimeter von ihren Händen entfernt. Sie konnte seinen Blick auf ihren Fingern spüren, was sie so verunsicherte, dass ihr das Papier einige Male entglitt und sie es erneut versuchen musste. Sie griff nach dem Tesafilm. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, Rolf Scamander kennenzulernen, aber ich habe gehört, dass er ein faszinierender Kerl sein soll. Das Klebeband wickelte sich um Hermines Finger und war dadurch nicht mehr zu gebrauchen. Als sie zu ihm aufsah, studierte er ihr Gesicht. Ich, ja, ich meine, ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, schlottete sie und sah bei ihr hinunter. Er hat wirklich offen über das Erbe seines Großvaters gesprochen, also ich fand ihn sehr faszinierend. Sie riss das Klebeband von den Fingern und realisierte zum ersten Mal, dass sie für das ganze Verpackungssachen auch Magie benutzen konnte. Es gehörte nur zu ihrer Natur, es auf die Mogelart zu machen. Vielleicht war das der Grund, weshalb Draco immer, wenn sie die Bücher einpackte, ihre Hände beobachtete. Nur jetzt schaut er in ihr Gesicht. Er beobachtet ihren Ausdruck und redet über den Typen, mit dem sie vor zwei Tagen aus war. Sie war sich nicht sicher, ob sie näher auf das Date mit Rove eingehen sollte. Sie könnte ihm die Wahrheit sagen, dass sie sich erneut treffen würden als Freunde oder sie könnte die Geschichte etwas ausschmücken. Vielleicht war es besser, gar nichts zu sagen. Sie hörte, wie sich die Eingangstür öffnete und entschied sich dazu, nichts weiter zu sagen, sondern stattdessen schneller mit dem Verpacken zu machen, in der Hoffnung, Draco schnell hinauszuschicken, um sich mit demjenigen, der entschied, 20 Minuten vor Ladenschluss noch zu kommen, zu befassen. Natürlich schien Draco es nicht eilig zu haben, denn er lehnte immer noch bequem auf dem Tresen. Guten Abend, sagte Hermine und lehnte sich zurück, um an Draco vorbeizusehen. Ihr Gesicht wurde blass, als sie Ron Weasley in der Tür stehen sah, der zwischen ihr und dem Slytherin hin und her schaute. Ron, hi! Hermine lächelte angespannt. Sie merkte, wie Dracos Blick auf ihr lag, bevor er sich aufrichtete und sich umdrehte, um Ron anzusehen. Hermine beobachtete, wie die beiden sich mit hartem Gesichtsausdruck anstarrten. Na, wer sag's denn? murmelte Draco, als er sich zu ihr zurückdrehte. Sie bekommen den Tagespropheten in Irland. Ihre Augen flackerten zu Draco und sie sah ein zufriedenes Grinsen. Dann sah sie wieder zurück zu Ron, der Dracos Rücken finster anstarrte. Wenn das hier eine vollkommen normale Situation war, was es sicher nicht war, würde sie Ron jetzt umarmen. Tatsächlich würde sie in die ausgestreckten Arme ihres besten Freundes laufen, ihr bester Freund, den sie seit einem Monat nicht gesehen hatte. Aber da sie gerade mit den Fingern das geknickte Geschenkpapier für das Geschenk von Draco Malfoy, welches er plante, einer seiner sieben Freundinnen zu geben, festhielt, war sie hinter dem Tresen gefangen. Sie traf die Entscheidung, das Papier freizugeben und um den Schreibtisch herumzugehen, nicht laufen, an Draco vorbei und Ron zu umarmen, als er näher trat. Frohes Halloween, sagte er steif in ihr Ohr. Frohes Halloween, ja. Nach einer unbeeindruckenden Umarmung zog sie sich mit der Absicht, das Verpacken zu beenden und Draco Malfoy so schnell wie eben möglich aus dem Laden zu bekommen, zurück. Aber Ron hielt sie an der Hüfte an sich gedrückt. Sie ließ ihre Arme zuerst locker herunterbaumeln, entschied sich aber dann, sie auf seine Ellbogen zu legen. Was, was machst du hier? Fast wäre sie bei der Wahl ihrer Worte zusammengezuckt, bemerkte aber dann, dass Rons Aufmerksamkeit wem anders galt. Sie wagte es nicht, Draco Malfoy anzusehen, während Rons Hände fest auf ihren Hüften lagen. Ich hätte doch gesagt, dass ich zu Halloween zurückkomme. Ron sah zu ihr hinunter und zum ersten Mal lächelte er sein warmes Lächeln, welches auch seine Augen erreichte. Aber das war zu intim. Sie standen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, seine Hände an ihren Hüften. Er lächelte sie an und sie konnte Draco aus ihren Augenwinkeln sehen. Sie schenkte Ron ein kleines Lächeln und trat zurück, außerhalb seiner Reichweite, bevor sie zurück hinter die Theke ging. Für wie lange bleibst du? Es war merkwürdig, ein Gespräch zu führen, ohne Draco mit einzubeziehen, wenn er genau zwischen ihnen stand, aber die beiden hatten sich verbal noch nicht begrüßt. Nur bis morgen Nacht. Hermine nickte und faltete das Papier erneut, diesmal mit zitternden Fingern. Da nichts weiter zu sagen war, schaute Ron zu Draco. Malfoy, immer in einer Art der Begrüßung. Weasley, gab Draco gedehnt zurück. Sie übermerkte, dass Draco erneut lässig am Tresen lehnte. Ausgezeichnete Spiel letzte Woche. Hermine sah zwischen den beiden hin und her. Soweit sie sich erinnerte, hatte Irland letzte Woche verloren. Und so wie Ron Draco ansah, vermutete sie, dass sie sich richtig erinnerte. Deshalb versuchte sie, das Thema zu wechseln. Also, wirst du morgen früh beim Quiltspiel sein? Du kannst dich zu mir und Katie Bell setzen. Ihre Stimme war höher als normal. Nein, eigentlich, sagte Ron und Hermine beobachtete, wie er Draco ansah, habe ich vorhin mit Harry und Mr. Arkon gesprochen. Anscheinend ist der Hüter vom magischen Transportwesen heute krank geworden und, wenn man das Spiel nicht verlegen oder absagen wollte, hat Arkon mich gefragt, ob ich einspringen könnte. Wieder sah Hermine zwischen den beiden hin und her. Draco verzog die Mundwinkel zu einem Grinsen und Ron hob herausfordernd die Augenbrauen. Plötzlich fühlte sie sich selbst ganz krank. Vielleicht sollte sie in Ohnmacht fallen, dann würde das alles zumindest aufhören. Als niemand mehr etwas sagte, warf sie ein, oh, wunderbar. Ja, wunderbar, sagte Draco. Es ist so schön, dass sie einfach jeden mitspielen lassen, wenn es eine solche Not wie heute gibt. Ja, offensichtlich, sagte er stirnrunzelnd an Draco-Gewand. Hermine griff sich das schwarze Band, um es um Dracos Geschenk zu wickeln. Es war besser, die beiden zu trennen, bemerkte sie. Ihre Bewegung fing Rons Blick ein und er trat die Stufen zur Kasse hinauf, wo er sich direkt neben Draco stellte. Kaufst du jemandem ein Halloween-Geschenk? Hermine holte hörbar Luft und betete, dass ihre Finger kooperierten, während sie das kleine Päckchen schnürte. Ja, für jemanden, der mehr viel bedeutet. Hermine stieß daraufhin ein kleines Lachen aus. Sie bemerkte, dass beide sie ansahen. Während er die Röte in die Wangen schoss, band sie endlich die letzte Schleife um das Geschenk. Dann griff sie eine Tasche, schob das Geschenk hinein und hielt sie Draco entgegen. Hier, danke. Bitte geh. Oh, dank dir, Granger. Während er lächelte, zeigte er seine Zähne und sie wünschte sich, das wäre alles nicht bloß zur Show. Er drehte sich zu Ron und sagte, Ich seh dich morgen auf dem Spielfeld, Weasley. Ich freu mich drauf, Malfoy. Draco nickte ihr einmal zu, lehnte sich dann an Ron vorbei über den Tresen und griff nach einem Pfefferminz aus der Schale. Hermine beobachtete, wie Rons Augen für einen Moment zu lange auf den Pfefferminz-Bonbons verweilten. Bis morgen. Und Malfoy verließ ziemlich stolz auf sich den Laden. Ron sah von den Bonbons in ihr Gesicht. Hermine lächelte ihn an und fragte nach seiner Woche in Prag. Später am Abend, nachdem Hermine erfolgreich jedes Gespräch vom Thema Draco Malfoy abgelenkt hatte, saß sie lachend und weintrinken mit Ginny, Ron und Harry im Wohnzimmer. Die drei diskutierten über das morgige Quidditch-Spiel, weshalb Hermine langsam ihren Wein genoss und hoffte, dass weder Ginny noch Harry etwas über Draco sagten. Plötzlich klopfte es an ihrem Fenster und Ginny öffnete es, um eine große Adlereule hereinzulassen, die Hermine sofort erkannte. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie vor ihr landete und ein schwarz-orangenes Paket fallen ließ. Dann drehte sie sich herum und flog davon. Hermine, was ist das? Ginny hüpfte zu ihr herüber. Das hastig gebundene schwarze Band glänzte und Hermine konnte es nur anstarren. Was für ein Spiel spielte er. Sie nahm die kleine Karte, die auf dem Geschenk lag. Für mein Samstagsmädchen, falls du ein Wörterbuch benötigst, die Harpy bei Cornerstone sagte, sie stelle dir gerne eines zur Verfügung. DM. PS, schaue dir Seite 23 etwas näher an. Hermine las die Karte viermal. Ginny las sie über ihre Schulter auch und sah sie forschend an. Im Raum war es mucksmäuschenstill und Hermine merkte, wie Harry sie neugierig und Ron sie finster ansah. Es ging um Ron. So musste es sein. Dieses Arschloch. Was hat das zu bedeuten? fragte Ginny und nahm die Karte. Das ist ein Spiel, das ist alles. Hermine stand von der Couch auf, zog an der Schleife, zerriss das Halloween Geschenkpapier und fand das Kinderbuch, welches Draco Mayfair heute bei ihr gekauft hatte. Sie wusste nicht, warum sie gehofft hatte, dass sich etwas anderes in dem Geschenk befand. Sie hatte doch ihre Art, das Geschenkpapier zu falten erkannt. Sie ging in die Küche und warf das Papier und die Schleife in den Müll. Dann warf sie das Buch auf die Arbeitsfläche und starrte es düster an. Kaufst du jemandem ein Halloween Geschenk? Ja, für jemanden, der mir viel bedeutet. Er wusste, dass Ron bei ihr sein würde, wenn sie das Geschenk bekam. Was in Merlins Namen, war sein Problem. Sie Kinder. Entnervt warf sie die Hände in die Luft. Aber das Buch war reserviert, sogar schon bevor sie heute zur Arbeit gekommen war. Wieder warf sie dem Buch einen flüchtigen Blick zu. Er hatte es ausgesucht, bevor er wusste, dass Ron in der Stadt war. Wahllos bettete sie in dem Buch, sah auf das Cover und schüttelte es, um zu sehen, ob noch eine weitere Notiz darin verborgen war. Dann schlug sie wieder Seite 23 auf. Das Chimera Sie kannte die Geschichte schon, zumindest Variationen davon. Ein Chimera lebte alleine in den Wäldern und bewachte einen funkelnden Brunnen, der alle Verletzungen heilen konnte. Ein Zauberer wollte seinen kranken Vater zu dem Brunnen bringen, musste sich dafür beierst mit einem Kobold anfreunden, damit er ihm half. Es war eine wundervolle Allegorie über die Beziehungen zwischen Menschen und Kobolden. Schön, er wollte also seinen Standpunkt wegen ihrer Starköpfigkeit in Bezug auf die Kobolde machen. Das konnte sie hinnehmen. Aber warum machte er das alles? Nur um sie vor den Kopf zu stoßen? Ihr Blick landete auf einem Absatz. Dort wurde erklärt, dass Chimeras auf natürliche Weise von Kobolden abgewehrt werden und ein Zauberer einen Kobold an seiner Seite haben musste, um an dem Chimera vorbeizukommen. Ihr Herz hörte auf zu schlagen und ein Keuchen entwich ihrer Kehle. Was? Ginny erschien in der Tür zur Küche. Was ist? Hermine sah sie mit strahlenden Augen an. Ich muss in die Bibliothek. und die Bibliothek. Die Bibliothek.